Okay, zieh mich aus. Bitte? Charlotte, meine Sachen sind nass. Ich krieg... Das ist nicht... Das macht so schlecht aus. Sucht euch ne Klasse, die passt. Abschluss macht ihr sowieso nicht. Ich bin froh, dass sie da sind als Pflege... Pflegekraft. Charlotte Palmberg, die Enkelin und sie... 40 Wörter. Ich leg auch...